Mit Rausch veröffentlichte Helene Fischer im Oktober 2021 nach vier Jahren wieder ein neues Album und das kam bei den Fans erwartungsgemäß gut an. Der erste Platz in den Charts erwies sich als reine Formsache und auch 2022 war die Platte noch enorm gefragt. Daneben stehen sechs Single Auskopplungen zu Buche, zuletzt ging Wenn alles durchdreht an den Start. Nun wurden die offiziellen deutschen Jahrescharts veröffentlicht, mit Rausch an der Spitze. Eigentlich keine große Überraschung und doch gibt es Irritationen. Helene Fischer, Charts-Kategorie sorgt für Verwirrung. Die Jahrescharts werden nicht nur in einer Gesamtfassung erstellt, sondern auch für einzelne Genres. Die Listen für Hippo Die Listen für Hippo Die Laschet-Kategorie Die Leschmacht. Die Leschmacht. Die Leschmacht. Kopfschmer. Schreibt und tscheredet. Die? Untertitelung des ZDF, 2020